Also die Begeisterung ist es selten in meinem Job in den letzten 25 Jahren gewesen, dass ich wirklich mal gesagt habe, helpt sich ein Glückwunsch, ihr habt wirklich mal eine neue Kategorie geschaffen von Produkt, wie ich finde. Und wir haben auch wirklich mit den Verantwortlichen in England schon mal einen Zoom-Call gemacht, um denen das auch nochmal klar zu machen. Weil manchmal weiß der Hersteller selber gar nicht, was er da vielleicht für ein geiles Gerät hat, weil er nicht so den Wettbewerb im Detail, wie wir jeden Tag hier kennen. Und wir haben schon eine Menge Ideen, was man mit so einem Gerät alles machen kann. Ich kenne auch schon ein paar Kunden, die, glaube ich, sehr nervös jetzt wären, wenn sie das alles jetzt hier gesehen haben. Nicht wahr? Und dann diese Bildgröße und das alles. Also ich freue mich wirklich darauf, dass wir voraussichtlich ab Oktober euch dann dieses Gerät hier zeigen können, auch mit den verschiedenen Ausführungen, die wir jetzt hier schon präsentiert haben. Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Wir sind im Juli 2024 und das Video werdet ihr voraussichtlich Ende August sehen können. Und wir sind ziemlich stolz darauf, dass uns die Firma Epson das Vertrauen geschenkt hat und uns zwei neue Projektoren präsentiert hat, die tatsächlich hier drin sind. Es sind wirklich außergewöhnliche Projektoren. Speziell das zweite Modell, was wir hier in diesem Video zeigen werden, ist also in dieser Art und Weise meiner Meinung nach ein echter Game Changer, sagt man so schön. Also der wird ganz klar eine neue Kategorie von Projektor definieren. Denn bis dato kennen wir Projektoren als Geräte, kompaktes Design, feste Optik drin. Und dann haben die eine Lichtleistung zwischen 2.000, 3.000, 3.500 Blumen. Und dann sind wir schon ziemlich glücklich. Und die Firma Epson ist nochmal einen ganz neuen Weg gegangen und hat uns hier jetzt einen Projektor präsentiert. Und ich zeige nur mal unter anderem dieses Bauteil hier, wo wir zum ersten Mal nicht nur eine außergewöhnlich hohe Lichtleistung haben, nämlich 6.000 oder sogar 10.000 Blumen. Und das zu einem Preis, wie wir es bis dato noch nie gesehen haben. Denn klar ist, da oben ist ein wunderbarer Sony GTZ, der aber leider Gottes doch bei 60.000, 70.000 Euro eben anfängt. Und dort kommen wir nicht ansatzweise hin mit den neuen Epson Geräten. Und wir haben eine enorme Variabilität, die wir in dieser Preisklasse, über die wir nachher sprechen werden, noch nie gesehen haben. Also ich weiß, das mag vielleicht für den einen oder anderen ziemlich vollmundig sein, was ich hier gerade sage, aber ich bin sicher, bleibt dran, es wird sich lohnen. Ich hole mir auch noch gleich den Dennis dazu. Denn das, was wir in den letzten Tagen hier testen durften, was wir hier gemessen haben und was wir natürlich mit unseren eigenen Augen gesehen haben, haben wir in dieser Art und Weise noch nie bei einem solchen Projektor in dieser Größe mit diesem Preis-Leistungs-Daten erleben können. Und mit erleben meine ich wirklich, wir reden nicht nur über eine Leinwand von 2,40 Meter Bildbreite, sondern wir reden auch hier über eine Leinwand, die 4,90 Meter breit ist und wo wir ein Bild in dieser Art gesehen haben, was wir bis dato selten gesehen haben. Und, und jetzt kommt es noch dazu, es ist unfassbar leise, was wir dann hören. Nämlich, wir hören so gut wie kaum ein Lüftergeräusch. Auch das ist eine Besonderheit, die wir in dieser Klasse noch nie gesehen haben. Also, ihr müsst euch, ja, setzt euch hin, holt euch die Tüte Chips. Ich glaube, es wird sehr unterhaltsam. Wir machen insgesamt zwei Videos. Wir machen also einmal ein Video zu dem Projektor 1 und zu dem Projektor 2, dann das zweite Video. Und da würde ich sagen, hole ich mir jetzt erstmal den Dennis und dann erzählen wir euch auch ganz genau, wie die Geräte heißen. Im Text habt ihr es sicherlich schon gelesen. Ich muss mir selber die Namen noch merken, denn es geht jetzt um eine ganz neue Produktkategorie, basierend auf LCD-Technik mit Laser. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir mal die Geräte ausgepackt. Und was direkt auffällt in den Kartons, ist es tatsächlich einiges, was mit den Projektoren zu tun hat und ganz speziell mit diesem hier. Auch wenn der im ersten Moment aussieht wie Wall-E, es ist ein Projektor mit einem Wechselobjektiv und ihr habt vielleicht mal in unseren älteren Videos gesehen, dass wir dort bei Epson immer mal wieder diese Kurzdistanzprojektoren gezeigt haben, die mit einem solchen Art, ich sage mal, Rüssel hier vielleicht arbeiten oder so ähnlich wie bei einem U-Boot entsprechend dort das System da haben, denn das ist tatsächlich ein wahnsinniges Weitwinkelobjektiv, sodass wir hier eine Art von Laser-TV-Projektor haben, wie wir ihn bis jetzt noch nicht gesehen haben. Die Serie, die wir hier gleich vorstellen werden, heißt QL und es gibt einen QL3000 und einen QL7000. Und um die Verwirrung ganz groß zu machen, die QL3000 Variante ist mit 6000 Ansilumen angegeben und die QL7000 Variante mit tatsächlich 10.000 Ansilumen. Und diese Geräte sind auch beide in der Basisfarbe weiß und in schwarz verfügbar. Und dann gibt es eben Module, die man dann für den jeweiligen Anwendungsfall nutzen kann, wie jetzt beispielsweise hier dieses extreme Weitwinkelobjektiv, was wir euch gleich zeigen werden. Dann haben wir aber auch noch weitere Objektive und das sind alles Objektive aus dem Hause Epson. Das ist jetzt ein Standardobjektiv, da benende ich mal die genauen Werte in den Text direkt mal ein oder ins Bild ein. Dann haben wir hier auch noch mal ein Weitwinkelobjektiv. Das erkennt man so an einem leichten Fischauge-Effekt, den wir hier haben. Der andere Fotograf wird das kennen. Das ist dieses Objektiv. Es sind alles Objektive aus dem Hause Epson. Alle Objektive sind mindestens 4K-fähig, weil das ist natürlich ganz wichtig, dass wir auch die Auflösung des Projektors auf die Leihwand bekommen. Und was es auch noch gibt, aufmerksame Beobachter, die unser Video jetzt gerade gucken, haben sicherlich das schon gesehen. Es gibt tatsächlich noch zusätzliche Abdeckung. Das ist nämlich hier oben diese Abdeckung. Die gibt es einmal, jetzt halten wir uns mal fest, in Champagnerfarbe. Das ist dann das Ganze hier mit diesem Ausschnitt für dieses Objektiv. Es gibt es auch noch mal in weiß oder wie jetzt hier verbaut eben in schwarz. Und dann gibt es eben für die anderen Objektive, für die normalen Frontobjektive, diese Abdeckung. Die wiederum dann auch in drei Farben verfügbar ist. Einmal in diesem schwarz, einmal in weiß und einmal in Champagner. Wenn ich mich recht erinnere. Alles unter Vorbehalt. Technische Änderung Vorbehalten. So, was ist das hier? Das gibt es natürlich dann auch noch mal. Das ist dann wiederum die Blende, die wir benötigen, wenn wir das normale Objektiv einbauen. Dann wird diese Blende genutzt. Und ansonsten gibt es eben bei diesem Projektor separate Blenden, sodass wir nachher diese Gehäuseform haben. Das sind so die wesentlichen Merkmale erstmal von dem ganzen Aufbau und von der Modularität. Diesen Projektor hier, den werde ich euch jetzt auf jeden Fall in einem separaten Video vorstellen. Denn das ist das ergänzende Modell zu unserem LS 10.000. Dieser Projektor wird tatsächlich über 3.000 Blumen haben, nämlich ungefähr 3.300. Und hat also damit noch mal eine ordentliche Steigerung in der Lichtleistung. Und wir haben einen deutlich höheren Kontrast. Aber dazu wird es ein separates Video geben. Die Fernbedienung sieht im ersten Moment genauso aus wie die Fernbedienung der bisherigen Epson-Modelle. Jetzt schalten wir mal ein. Und wie wir hören, muss wirklich nah dran gehen. Ist das minimal, was jetzt hier an Geräuschen ist. Es ist ein sehr angenehmes Geräusch. Natürlich hört man ein bisschen was. Aber wenn wir mal überlegen. Der fährt ein bisschen höher und dann geht er direkt wieder runter vom Lüfter. Dass wir jetzt hier einen Projektor haben mit gut 6.000 Ansi-Lumen. Man sieht jetzt hier bei dem weitwinkligen Objektiv, was wir hier haben. Also dem fast schon Ultra-Kurzdistanz. Weil wir haben jetzt hier auch eine Bildbreite von bestimmt 4,90 Meter gleich. Dass sobald das Bild jetzt hier erscheint, das Epson-Bild. Und wir haben jetzt erstmalig dieses Objektiv verbaut. Dann wird tatsächlich eine sogenannte Kalibrierung angeboten. Das heißt, das Objektiv wird jetzt genau auf die entsprechende Optik von dem Projektor angepasst. Das macht man einmalig automatisch. Und das war es dann. Und das Schöne ist, man hat tatsächlich weiterhin noch eine Lenshift-Funktionalität. Das heißt, wir können tatsächlich das Bild nach oben, nach unten, nach rechts und nach links bewegen. Anpassung starten. Möchten Sie fortfahren? Jawohl, wir machen das. Das ist also der Lenshift-Bereich, den wir jetzt hier schon mal sehen. Der zentriert sich jetzt hier. So, jetzt wird der Fokus nochmal genutzt. Alles Technik, die man aus dem absolut professionellen Bereich von Epson kennt. Epson ist nach meinem Kenntnisstand Marktführer bei den meisten Präsentationsprojektoren-Kategorien. Und die Technik, die wir hier drin haben, die neue LCD-Technik, denn es ist tatsächlich eine ganz neue LCD-Technik hier drin. Es sind größere Panels drin, als wir es von den bisherigen Modellen LS10.000, Quatsch, 11.000 und 12.000 kennen. Die werden also auch hier verbaut. Und die werden insgesamt erst seit Frühjahr 2024 in der Profi-Liga installiert. So, also diese Kalibrierung, die ich auch jederzeit manuell, wenn ich möchte, nochmal später starten kann, dauert einige Zeit. Ist aber jetzt, wie man sieht, fertig. Jawohl, wunderbar. Und jetzt kann ich tatsächlich hier mit der Taste Lenshift das entsprechende Bild ausrichten. Und obwohl wir hier zwei dicke Scheinwerfer anhaben, glaube ich, dass schon über unsere Kamera bereits schon ein wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, lichtstarkes Bild zu sehen ist. So, gehen wir nochmal hier drauf auf die Lenshift-Funktion. Moment. Da haben wir sie. Und jetzt wandere ich gleich nach oben, nach unten. Das wird mir dann auch hier sehr fein angezeigt mit Zahlen. Jetzt können wir noch nach rechts rüber gehen. Und jetzt kommt noch eine weitere Besonderheit. Ich blende das mal ein ins Bild. Wir können diesen Projektor nicht nur hier vorne in der Bodennähe installieren, sondern natürlich auch über Kopf. Und wenn ihr eine Zwischendecke habt oder vielleicht euch eine einfallen lässt, dann könnt ihr tatsächlich den Projektor in diese Zwischendecke einbauen. Und es bleibt nachher nur noch die Optik, die oben aus der Decke rausschaut. Und dann kann man tatsächlich das Bild von der Oberkante tiefer installieren, als der Projektor selber ist. Ich werde ein paar Bilder einblenden, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Also das ist schon mal äußerst beeindruckend. So, jetzt haben wir den Projektor mal eingerichtet auf unsere 4,90 Meter Bildbreite. Das machen wir rein über den Abstand des Projektors. Wir haben eine 21 zu 9 Leinwand. Somit haben wir natürlich einen Teil des Bildes oberhalb und unterhalb meiner Leinwand. Aber Cinemascope-Filme können wir natürlich mit dieser Leinwand mega toll gucken. So, was wir jetzt hier haben, ist als nächsten Schritt, wir können den Fokus einstellen. Und dafür gibt es noch eine Besonderheit. Denn in dem Projektor arbeiten ja diese neuen LCD-Paneele. Die haben aber auch weiterhin keine native 4K-Auflösung, was für uns aber kein Drama ist. Ganz im Gegenteil, die Shift-Technologie arbeitet hier hervorragend. Und wir haben aber die Möglichkeit jetzt mit diesem Shiften, das zu deaktivieren, wenn wir den Fokus einstellen möchten. Wenn ich das jetzt hier nämlich deaktiviere, dann sehen wir tatsächlich mal die wirklich vorhandenen Pixel aus dieser Nähe. Nochmal berücksichtigt, 4,90 Meter Bildbreite. Und jetzt kann man sich an der Schärfe oder jetzt kann man die Schärfe noch etwas besser und genauer einstellen. Weil ich mich einfach mehr an die Kanten hier und den Konturen hier orientieren kann. Das geht super genau. Perfekt. Drücke ich die Taste wieder. Dann wird also wieder meine Shift-Technologie aktiviert. Und wir sind nahezu pixelfrei hier. Und weiterhin, ich stehe jetzt hier wirklich sehr nah dran. Wenn ihr überhaupt ein Geräusch hört, werdet das wahrscheinlich unser HDMI-Verteiler sein. Denn der macht tatsächlich Lüftungsgeräusche oder Lüftergeräusche. Und die höre ich weiterhin eher da als bei meinem Projektor. Der Projektor ist wirklich als extrem leise zu bezeichnen. Und der läuft hier volle Granate. Den Projektor mit den 10.000 Lumen, den 7000er, den haben wir jetzt noch nicht gesehen. Der soll wie folgt sein. Der Eco-Modus dieses Projektors entspricht dem 6.000 Lumen Lüfter-Modus von ihm hier bei voller Pulle. Das heißt also, der 10.000 Lumen Projektor ist dann etwas lauter. Aber es wird vom Lüftergeräusch sicherlich sehr angenehm sein, weil wir werden hier wirklich kaum ein Rauschen vernehmen. Wir sind mal sehr gespannt. Voraussichtlich im Ende August werden wir dann das Gerät auch mal zu hören und zu sehen bekommen. Grundsätzlich für alle die, die jetzt schon überlegen, wo sie das gute Stück unterbringen. Weil bei der Lichtleistung kann ich natürlich auch, wie man es ja gerade sieht, in sehr heller Umgebung bereits schon tolle, kontrastreiche Bilder sehen. Würden diese Geräte ab Oktober verfügbar sein. Aber wir gehen noch weiter in die Details. Was gibt es an Besonderheiten? Was hat sich getan? Und was ist mit dem Thema Tone-Mapping? Inwieweit ist dieser Projektor jetzt überarbeitet worden? Auch nochmal in der 4K HDR-Wiedergabe. Dazu hole ich mir dann den Dennis. Und der hat dann schon einige Messungen durchgeführt und kann uns dazu aus erster Hand mal einiges erzählen. Du hattest letzte Woche die Möglichkeit, mal kurz hinterm Vorhang zu gucken. Und ich weiß nur, da hast du fast schon so gemacht. Weil das war auch für dich sehr überraschend, was dich hier erwartete als Projektor. Und dann hattest du ja das Equipment rausgeholt, was wir auch in den letzten Monaten vermehrt gezeigt haben. Weil du immer häufiger unter anderem durch deine Lumagen Radiance Videoprozessor-Expertise auf Reisen bist. Und dann immer mit der ganzen Technik das Ganze beim Kunden einrichtest. Und so mancher seinen Projektor nicht mehr wiedererkennen kann. Wir haben in den letzten Wochen da einiges drüber berichtet. Morgen bist du schon wieder unterwegs oder am Donnerstag. Ich war letzte Woche, davor die Woche, davor die Woche, fahre diese Woche, fahre nächste Woche, fahre überrascht. Ja, ich bin da unterwegs. Aber das ist ein separates Thema, das machen wir nochmal separat. Und Fakt ist, den mit dem Lumagen, um Gottes Willen, das ist ja ganz schlecht. Das werden wir dann, wenn es soweit hier fix steht, sicherlich auch mal machen. Ja, also damit wir jetzt keine Missverständnisse haben, es ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Teil in diesem Video. Wir haben jetzt das Weitwinkelobjektiv immer noch. Wir bauen das Ganze auch nochmal gleich um und zeigen euch das. Natürlich gibt es diesen Projekt auch als ganz normalen Frontprojekt. Und dann gehört er da hinten rein oder da oben rein. Das können wir alles machen. Nichtsdestotrotz fanden wir es sehr spannend, mal zu gucken, was ist denn hier noch an Lichtleistung bei so einem extremen Weitwinkel. Und das mit 4,90 Meter. Ich weiß ja von Leuten, die überlegen ja gerade, das Heimkino zu vergrößern oder noch so größere Leinwände wie auch immer zu bekommen. Nur wir brauchen Licht und die haben wir hier. Genau, also ich habe das Ganze gleich mal eben ganz kurz, sogar mit einer fixen Weißpunktkalibrierung. Wobei ich musste nicht viel verstellen. Da war ab Werk schon ein relativ guter Wert. Und ich muss jetzt sagen, ich habe reflektiv gemessen hier immer noch 87 Nits. Und das wirklich bei 4,90 Meter Bildbreite und etwas über um die 2 Meter Höhe. Also wir können quasi davon schon von 10 Quadratmeter. Man muss dazu sagen, für alle, die nicht wissen, was ist mit dem Nits gemeint. Nits ist ja ein Helligkeitswert, den du jetzt hier gemessen hast. Wenn wir einen normalen klassischen Heimkinoprojektor mit zwei, zweieinhalbtausend Lumen haben, der auf eine zweieinhalb Meter Leinwand geht, was kommen wir da so an Nits ungefähr Pi mal Daumen? Ja, ich sage mal, da bewegen wir uns immer so von zweistellig bis knapp dreistellig. Also es geht mal so in die 100 rein, je nach Leinwand eben und so. Und dann kommen wir da schon eher hin. Heißt, wenn wir den tatsächlich mal auf eine Größe von zweieinhalb bis drei Meter projizieren, dann haben wir es wirklich groß dreistellig. Das können wir sicher sein, ne? Auch das haben wir schon mal ganz kurz angetestet. Du kamst auf 600 Nits bei einer 2,44 Meter Leinwand, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube sogar, weil ich den Winkel nicht ganz schön nachher richtig hingestellt war, waren wir, glaube ich, sogar bei 700. Das sind Werte, wo ich mir gedacht habe, jetzt drehen runter, sonst haben wir ein Loch im Tuch. Ja, der kam ja auch mit der Fehlermittlung zuerst. Ja, ich musste die Belichtungszeit sozusagen vom Messsensor ändern, weil er gesagt hat, bitte Umgebungslicht runterschalten. Ich kann nicht messen, es ist zu hell. Nein, nein, das war das reflektierte Licht. So, und jetzt haben wir genug zum Thema Licht gesagt. Das ist ein Laser, ist das. Es ist ein Laser, der mit drei LCDs arbeitet. Ich will mir vielleicht mal was hier reinholen, dann zeige ich euch das mal eben. LCD ist ja auch nicht gleich LCD. Epson ist ja nun mal der Hersteller von LCDs und die haben sich tatsächlich in der Vergangenheit teilweise deutlich verkleinert. Man hatte früher mal so richtig große Dinger hier, dann wurden die auch wieder kleiner. Damit konnte man relativ kleine Projektoren bauen. Und hier ist wieder eine Generation, und ich habe es ganz am Anfang erwähnt, die wieder größer geworden ist. Damit kriegen wir also auch mehr Licht auf die Leinwand. Ja, und das ist also schon mal eine der Besonderheiten, warum wir diese hohe Lichtleistung hier bekommen. Dazu kommt noch ein Hinweis, den ich auch von gutem Markt von Epson Deutschland erfahren habe. Man hat eine neue, ich sage mal, Kühlungstechnik entwickelt, die direkt am Panel ist. Auch da kriegen wir vielleicht noch ein paar Informationen. Aber durch diese neue Kühlungstechnik ist es möglich, am Panel direkt mehr die Wärme zu entfernen. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auch über den gesamten Aufwand, den wir benötigen, um gerade die Displays vor den Hitzetod zu schützen. Fakt ist auch eins, sorry nochmal. Ich meine, der JVC ist eindeutig lauter, obwohl der, ne, es ist okay, aber der ist wirklich lauter. Und das wollte ich gerade eben wieder sagen, und auch wenn ich mich da jetzt noch nicht wiederhole, weil ich es noch nicht gesagt habe, aber du wahrscheinlich schon gefühlte 15 Mal. Es ist einfach richtig, diese Helligkeit, ist das jetzt was, das wir noch nie auf dieser Leinwand gesehen haben? Nein, haben wir schon mal. War jemals ein Projektor dermaßen leise dabei? Nein, noch nicht mal im Ansatz. Und der sieht eigentlich auch noch sehr schick aus, nicht wahr? Ich mag das Design sehr. Ich mag das Design auch sehr. Vor allem, wenn er dann auf die andere Optik auch noch umgebaut ist, also mehr als klassischer Heimkino-Projektor ist. Mit den Kanten, die die überall eingebracht haben, sehr, sehr cooles Design. Da haben wir ja dann auch Bilder. Und er ist komplett geschlossen. Wir haben eine Aufnahme gemacht, wie ich hier vorne die Kabel angeschlossen habe. Also hier ist das Feld jetzt natürlich vorne. Wenn der natürlich in die Richtung pulsiert, ist es dann hinten, ist klar. Aber auch hier hat man Klappen, sodass man eigentlich gar nichts sieht. Das ist total aufgeräumt hier vom Design her. Sehr, sehr schick wegen der Lüfter. Wo kommt denn die Luft eigentlich raus hier? Also hier kommt ein... Kommt der was überhaupt raus? Ich glaube, da muss... Hier, hier, auf der Seite. Das heißt... Jetzt musst du auch fast anfangen, mit einer Nebelmaschine zu suchen. Ja, genau. Also hier kommt ein ganz leicht warmer Luftstrom raus. Das heißt also, in die Richtung wäre es auf der linken Seite. Dann bin ich dann beim Projektor nach vorne, kommt es auf der rechten Seite seitlich raus. Hier hinten ist auf gar keinen Fall was. Und da ist auch nichts. Also ganz ehrlich, das kommt im Wesentlichen hier an der Seite raus. Aber nicht, dass man sagt, oh, das ist aber ein Luftstrom, da musst du mindestens so viel Zentimeter Luft haben. Das ist nicht der Fall. Du willst mir auf jeden Fall was zeigen. Ja, wie die Leute... Und zwar unter anderem... Wie die Leute ja vielleicht schon mal mitbekommen haben. Hin und wieder spiele ich auch mal gerne. Ja, und das ist das Menü. Das sieht im ersten Moment eigentlich so aus, wie man es früher hatte. Bewehrt. Ja, genau. Bewehrt. Das ist jetzt nicht das Menü eines LS 12000. Also, wir haben Auto Low Latency Management. Das heißt also, der merkt, wenn der ins Gaming geht. Und ich habe es mir dann ja auch... Ich habe es jetzt gerade nicht mehr aufgebaut, nicht nehmen lassen und den zu vermessen. Und der ist auch einfach so schnell geblieben. Also, auch hier sind wir bei den 20 Millisekunden vollem Input-Lag. Also, wirklich von Signal rein bis Signal raus bis 4K HDR 120 Hertz mit der Helligkeit... Ach ja, gucken wir mal auf. Wir kriegen die 100 noch voll heute mit dem Vortell. Ich kann jedes Mal einen Schnaps... Okay, fangen wir mal um mit dem Bild an. Wir gucken mal in dem Bildmenü, ja? Also, jeder, der... Ich meine, das war ja 9300, 9400, das ist das übliche bewährte Menü, ja? Also, man hat sicherlich ein paar Sachen umstrukturiert, aber vom Grunddesign her sind wir einfach da. Was wir kennen, warum das Rad auch neu erfinden, alle Infos klar aufbereitet, so wie wir es haben wollen, ne? Ja, also Lichtausgabe. Wir können hier die Möglichkeit nutzen, dass wir hier den Helligkeitswert, also die Helligkeit des Lasers verändern können. Da geht es runter, der wird ja noch leiser. Der wird ja noch leiser. Dann haben wir verschiedene voreingestellte Kino-Modis. Genau. Also, ich habe ihn gerade auch mal auf dynamisch gemacht, in nicht kalibriert und alles, was er dann eben gibt. Er wird nicht lauter, weil das ist auch das in 100% Leistung. Aber wenn dann alle Farben nicht stimmen, dann habe ich ihn sogar auf 122 Nits gekriegt mit völlig verdrehten Farben. Also, da muss man schon sagen, die 87 waren wirklich schon bei völlig korrekten Farben vorhin, ne? Helligkeit, Kontrast, das ist alles soweit gleich. So, Bildoptimierung, lass doch mal gucken, was haben wir denn da? Schärfe, da haben wir unsere normale Epson-Verstärkung, Weißabgleich, Bildoptimierung. Auch da haben wir Werte, die wir generell schon kennen, die jetzt einfach an einer etwas anderen Stelle liegen. Die Frame Interpolation war, glaube ich, vorher ein eigener Punkt oder ist bei anderen Modellen ein eigener Punkt. Hier ist sie jetzt in die Bildvoreinstellung eben mit reingewandert. So kann ich mir eben hier, wie man es eben kennt, verschiedene Voreinstellungen, die ich vielleicht für verschiedene Inhalte habe, direkt schnell abrufbar, unabhängig vom Bildspeicher. Weil ich möchte es ja vielleicht gar nicht immer an den Bildspeicher koppeln, sondern ich gucke immer gern im Kino kalibrierten Modus, aber möchte bei Fußball vielleicht mal eine andere Zwischenbildberechnung werden, eine andere Kontrastanhebung oder oder eben haben und eine andere Super Resolution und kann mir da einfach verschiedene Werte ablegen. Autokontrast, wie der Name eben sagt, er arbeitet dann dynamisch im Bild ein bisschen und versucht den Kontrast eben anhand der Bilddarstellung noch etwas anzuheben. Das funktioniert moderat eingesetzt auch gut, genauso wie die Super Resolution. Auch die kennen wir, moderat eingesetzt, eine schöne Sache, die nicht sofort zu Doppelkonturen eben führt, kann man also auch schön nutzen. Ich sage mal, ähnlich der Verfahren, die andere Hersteller eben auch nehmen. Genau. Okay. So, dann geht es nochmal weiter. Erweitert. Szenen-adaptives Gamma ist eine Sache, die kannten wir eben vorher auch schon, wo er also auch wieder ein bisschen in der Durchzeichnung dann mehr arbeitet. Also nicht in den Kontrasten der einzelnen Farben, sondern in der Durchzeichnung. Hier sind wir im Bereich persönlicher Geschmack. Welches Gewürz gefällt wem? Manch einer macht sowas gerne an, der andere macht es gerne wieder aus. Wir haben jetzt kein HDR-Signal als Quelle. Nein, hier läuft jetzt gerade ein SDR-Signal. So, das heißt, wenn ich den, was muss ich tun? Wenn ich den umschalten will, was muss ich tun? Kann ich den umschalten? Hier über, wir könnten mal rüber gehen, weil, das ist ja eine Besonderheit, wir haben das schon gerade leicht grau hinterlegt gesehen, da stand was von dynamischer HDR, wenn ich mich recht erinnere. So sieht es aus. Und das ist tatsächlich vorhanden, weil den Wert haben wir noch gar nicht gesagt, beziehungsweise wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber ich habe ja schon ein paar Bilder gezeigt. Hell können wir natürlich bei vielen Projektoren, aber wir brauchen ja auch gleichzeitig einen verdammt guten Schwarzwert. Und da war ich dann wirklich komplett perplex, als ich das Gerät zum ersten Mal gesehen habe, weil es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier ein Gerät haben mit einer vollkommen milchigen Schwarzwiedergabe, ganz im Gegenteil. Es ist enorm, was jetzt hier der Kontrast, jetzt hier ist die Vermietung, die du suchst, ich sehe es schon. Es ist enorm, was wir hier für ein Schwarzwert erzielen, eine Durchzeichnung bekommen und das mit dieser Spitznädigkeit. Und das ist eben der Punkt. Man hat eben wirklich auch am optischen Block so viel daran gearbeitet, dass wir ihn wirklich, und dafür ist er nun mal gedacht, als Heimkino-Projektor nutzen können, der wirklich eine Extraklasse, was die Anwendungsvielfalt angeht, was die Montagemöglichkeiten angeht, was die Einsatzmöglichkeiten angeht, von der Bildgröße etc. etc. Und das ist wirklich sichtbar, ohne dass ich jetzt irgendwie mit einem Messsensor jetzt hier nochmal rangehe. Wir werden sicherlich noch ein paar Zahlen organisieren für alle, die die Zahlen haben wollen. Wo wolltest du hin? Zum Harald Töpfer. Zu was? Harald Töpfer, Harry Potter. Ach Gott, okay, alles klar. Okay, jetzt habe ich. Jo, da gibt es ein, oh, das ist ein ganz fieses Testbild. Ich weiß jetzt summerweise nicht, welcher Film oder welche Folge es jetzt ist. Film ist klar und nochmal Harald Töpfer. Teil 4 ist das. Teil 4? Teil 4, ja. Okay, jetzt werdet ihr bei einigen Besitzern von Projektoren zu Hause, die jetzt genau diesen Film haben, ein bisschen Tränen in den Augen haben, weil das habt ihr tatsächlich so wahrscheinlich nicht gesehen, außer es ist ein JVC-Projektor mit entsprechenden Tonmapping oder ihr habt Mad4R oder ihr habt ein Numa-Gen. Oder ein BenQ. Dann seht ihr sogar noch mehr oder ihr habt ein BenQ, der es auch sehr gut kann, weil die meisten Projektoren werden hier ein vollkommen überstrahltes Gesicht zeigen oder viele überstrahlte Gesichter haben, weil dieser Film ist tatsächlich mit einer sehr hohen Helligkeit gemastert. Und dafür sind die Projektoren nicht vorbereitet. Das heißt, es überstrahlt vollkommen. Und das haben wir auch bis dato bei einem LS 11.000 oder LS 12.000 gesehen und tatsächlich können wir mit diesem Projekt das schon deutlich besser machen. Also hier sehen wir jetzt, da läuft schon was falsch. Ich gucke mal eben ganz kurz, ob wir den ein bisschen besser abgebildet kriegen, den Herren. Also es gibt natürlich Situationen, wo jemand von einem Scheinwerfer angestrahlt wird und ein helleres Gesicht bekommt. Aber hier haben wir einfach das Problem, der Pegel überstrahlt vollkommen. Weil wir jetzt hier gerade nämlich, jetzt muss ich ja mal kurz gucken, auch für mich ist das Menü noch neu. Erweitert war es, oder? Ah, nee, doch. Dynamic Tone Mapping. Und wenn ich das jetzt anmache, dann sehen Sie die Konturen im Gesicht auf einmal wieder. Jetzt hat er zwar ein helles Gesicht. Aber ich sehe schon Details. Genau, weil er eben angestrahlt wird, aber er hat nicht mehr ein völlig weißes Gesicht. Und das ist so ein typischer Film. Ich meine, der ist mit 4.000 Lits gemastert, nicht mit 1.000, wie es sein sollte. Worauf sich aber viele gar nicht halten. Also den schwarzen Peter schiebe ich immer den Filmleuten zu, nicht den Projektorleuten. Aber jetzt geht es eben immer mehr dazu über, dass sich die Projektorenhersteller, JVC hat damit ganz groß angefangen, eben Gedanken darüber machen. Was ist denn, wenn der Film sich nicht dran hält? Da müssen wir es eben ausbügeln. Und das ist dann eben über dynamisches Tone Mapping, wo sowas eben stattfinden kann. Genau. Also da gibt es entsprechende Einstellungen. Genauso wie es auch noch eine Einstellung gibt, die, müssen wir mal gucken, wo die gleich ist, wo wir nämlich die Nitz-Zahl nochmal auch einstellen. Das ist aber, wenn ich es ausmache. Ein Wert, genau. Da kann man es ausscheiden. Genau, da müssen wir noch abklären. Nicht, dass dann fest. Das zeigen wir gleich. Da müssen wir also noch abklären, was der Wert ganz genau im Detail sagt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier hingehe und das Ganze auf Aus wieder mache, haben wir das über Strahlen. Ja. Und dann kann ich in den Menüpunkt, ich möchte sagen, genau Signal, dynamischer Bereich, HDR10. Da ist er. Und jetzt steht da 310. Ich weiß aber nicht, ob 310 Kätzchen, Nitz-Vorhänge. Auf jeden Fall hat das eine Auswirkung auf die ganze Sache. Natürlich kann ich das Ganze jetzt auch so durchzeichnend einstellen. Das Problem ist hier eben nur, es ist ein fester Wert und wenn dann eine dunkle Szene kommt, wäre alles zu dunkel. Deswegen ist ein Dynamic Tone Mapping in der Regel interessanter, zumindest bei Filmen, die sich nicht an die Vorgabe bis 1000 Lits halten. Wobei ich jetzt mal so weit gehe, dass ich sage, wenn ihr jetzt ein Numergen eben beispielsweise einsetzt oder eben eine TVR-Lösung, dann könnt ihr es wirklich noch viel, viel genauer machen. Und dann kriegt ihr das so hin, ohne dass andere Sachen absaufen. Es wird Bild für Bild entsprechend angepasst. Das ist ein wirklich schönes Beispiel, um mal zu demonstrieren, was bei Extremfilmbeispielen passiert. Man sieht noch die Augen, aber der Rest ist weg gewesen. Das JVC, der BenQ, hast du gerade gesagt, jetzt der neue Epson hier, kann schon deutlich mehr zeigen und am besten ist es dann mit solchen externen Geräten. Genau, weil die externen Geräte nämlich noch den Vorteil haben, durch die mehr Rechenleistung, dass sie zum Beispiel das Bild auch in mehrere Zonen unterteilen können. So haben wir ja hier zum Beispiel das Problem, dass der Prozessor jetzt sagen muss, naja, was soll ich denn berechnen? Nur sein helles Gesicht oder soll ich die Durchzeichnung im schwarzen Hintergrund haben, weil er nur das gesamte Bild sieht? Auch ein JVC kriege ich mit gewissen Szenen, wenn ich es möchte, an die Grenzen gebracht einfach, wo ich dann mit einem Envy oder mit einem Numergen eben zeigen kann, hey, wenn ich das noch aufwendiger berechne, dann kriege ich eben auch die Unterteilung sowohl in ganz hell als auch in ganz dunkel, beides perfekt hin. Ja, also damit man sich missversteht, ist ein Extrembeispiel, wird gerne genommen, unter anderem von den Jungs, die die MedVR den Envy verkaufen. Auf der Messe wird immer gerne Harry Potter gezeigt, da gibt es noch ein paar Explosionen und so weiter, also ganz extremes Beispiel. Aber wir sind einen deutlichen Schritt besser geworden und das ist das Wichtige, wir können die hohe Lichtleistung mit einer deutlich verbesserten Signalelektronik schon nutzen. Genau, vorher nicht, jetzt ja. Das ist eine Verbesserung. Das ist eine ganz klare Verbesserung. Okay, alles klar, haben wir das auch. Lass uns doch noch mal kurz ins Menü weitergucken, was denn da sonst was Schönes hat. Wir können auch sonst eine andere Szene nehmen. Ich hatte unter anderem eine Szene aufgenommen mit den Jungs da von Guardians of the Galaxy mit dem Gold. Ja, das knallt ja sowas von, was die goldene Farbe angeht und auch die gesamte Plastizität des Bildes. Das ist also enorm. Gab es denn noch dynamischer Kontrast, Lichtausgabesteuerung? Das war auch noch mal ganz interessant. Da gibt es auch noch mal die Möglichkeit, wenn ich mich recht erinnere, bei der Lichtausgabesteuerung, dass der ein bisschen dynamisch arbeitet, der Laser, nicht wahr? Das, nach meinem Verständnis, auch da wir müssen nochmal ein klein bisschen durchtesten, heißt das, dass ich jetzt sagen kann, bei 0% Zuspielung soll er mit einer Verzögerung von X den Laser kurz ausmachen. Das kennen wir vielleicht von Laserprojektoren, das ist die Vollschwarze. Das würde jetzt also heißen, wenn jetzt ein Vollschwarz kommt, da keine Verzögerung drin ist, macht er sofort schwarz. Ich kann aber auch sagen, boah, bei Vollschwarz nervt mich das, macht das erst alles, was ab 1, ab 2, ab 3, ab 4, ab 5% schwarz ist. Und wenn es vielleicht nur mal ein ganz kurzer Schwarzblitz ist, reagiert vielleicht nicht sofort, sondern macht das erst, wenn 1,5 Sekunden schwarz waren. Das ist so meine Interpretation der Sache. Ich müsste das jetzt mal noch mit einzelnen 1%, 2%, 3% Bildern auch mal durchtesten. Aber auch wir können da immer nur eine gewisse Zeit mit diesen Geräten jetzt hier arbeiten. Ja, und die Nacht ist schon belegt. Und das ist sicherlich nicht die allerwichtigste Funktion, deswegen haben wir andere Sachen priorisiert. Genau, so ist es. Dann geht auch nochmal weiter. Weiterhin haben wir zwei HDMI-Eingänge. Die sind HDMI 2.1, weil wir ja die 4K 120 Hertz können mit der Maschine. Du hast es gerade gesagt, Input-Lag ist gewaltig. Auto-Related-C-Management, wie gesagt, haben wir auch. Genau, das war die Nummer. Was das Klassische für jetzige Apps und Besitzer eben ist, das Umschalten zwischen schnell und fein. Das heißt also, wenn ich hier aus der Automatik rausgehe und das händisch einstelle, heißt das auch wieder schnell und fein, wie es vorher auch war. Nur jetzt wird es eben, wenn der Befehl kommt von einer Spielekonsole zum Beispiel, dass ein Gaming-Modo erkannt wird, dann ist es eben automatisch in der Umschaltung. Man muss nicht mehr in dieses Menü rein. Komm, dann lass doch nochmal irgendwas gucken. Eins, zwei, drei Sachen. Also das Wichtigste ist eigentlich, das würde ich jetzt auch nochmal klar halten, ihr müsst euch da eigentlich gar nicht großartig mit beschäftigen, weil das Gerät ist kalibriert. Es stellt sich automatisch entsprechend dann oder sind die richtigen Werte hinterlegt. Ihr müsst nur einschalten, loslegen. Der braucht keine 30 Sekunden, bis er abgekühlt ist, habe ich festgestellt. Der ist ruckzuck, ist der wieder aus. Also keine langen Nachkühlzeiten. Er ist ins Netzwerk einzubinden. Wir können eine Steuerung damit machen. Wir machen ja mittlerweile Kontroll vor. Auch das, das geht natürlich. Er kann natürlich hervorragend mit einer grauen Leinwand arbeiten bei der Lichtleistung, die der Kollege hier hat. Also wirklich Wohnzimmer, aber auch wirklich der komplett abgedunkelten Raum. Beides ist sehr, sehr gut nutzbar. Was haben wir noch hier Schönes? Der Rest kennen wir so im Allgemeinen. Ich wollte gerade sagen, Salte-Tapetsproduktur haben wir noch drin. Die können wir noch machen, wenn der nicht richtig ausgerichtet ist. Genau. Ich kann jetzt eben auch sagen, wie wir es eben kennen von einer 21 zu 9 Leinwand, wo wir jetzt hier oben überschreiben. Wir sehen hier oben jetzt, wer das sehen kann, da oben. Das Pausenzeichen. Das Pausenzeichen, da kann ich eben hingehen, wenn ich mit einer 21 zu 9 Leinwand anfange, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Irgendwann schneidet er dir das Pausenzeichen. Ja, der ist sehr fein in der Einstellung eben. Und jetzt geht es langsam weg, dann hätten wir eben kein Überstrahlen mehr. Also wir sind jetzt hier einfach im Bereich, wo ich sage, das sind Funktionen, die wir generell ja auch schon kennen. Da muss man das Rad jetzt auch da wieder nicht neu erfinden. Eine Farbraumumschaltung zwischen 7.0 und 9.0 und 20.20. Den dynamischen Bereich einstellen, in erweitert, wie gesagt, wie ich vorher schon sagte, fein, schnell oder Auto. Das ist jetzt eben schön. Was zeigt er uns im Infomenü an? Ist da noch irgendwas Neues zu bekommen? Alles. Selbst wenn du nach Hause gekommen bist. Nein, also wirklich, das Infomenü ist, ob der Kühlschrank fährt oder nicht. Ganz normale. Aber wenn ich dann Lichtinfo, das war die Statusinfo, die war glaube ich, genau, 6 Seiten lang. Also da kann ich dann alles sehen. Wobei, das kennen wir ja auch schon von LS 11.000, 12.000. Da haben wir auch eine mehrseitige Sache eben. Also welchen Link haben wir? Wie lange besteht der Link eben schon? In welcher Videorange? Was ist die Frame Interpolation? Und so weiter und so fort haben wir also wirklich alles Mögliche im allerletzten Detail wirklich dargestellt. Ich mache nochmal Licht aus. Mach du auch nochmal Licht aus. Und lass mal bitte kurz laufen. Ich denke mal, mit der Kamera kriegen wir noch ein bisschen was rein. Ich habe ja schon ein paar Bilder gezeigt, was hier so an Kontrast und Helligkeit zu sehen ist. Wir gucken mal, ob das mit unserer kleinen Kamera, die wir jetzt hier erstmal nicht einsetzen, also nicht erstmal, aber in der Kombination mal für so ein langes Video, weil die auch in HDR aufnimmt. Das macht. Ich habe meine Lampe aus. Du hast deine Lampe auch aus. Mach da mal das Menü weg. Das ist der Wahnsinn, was wir hier an Bildplastizität haben, Kontrast, Helligkeit, die Flammen hält. Wir sehen noch wunderbare Details im Dunkeln von der Jacke her. Das ist, kommt jetzt noch ein Bild, glaube ich, noch ein, oder? Ne, das war's. Ich muss eben kurz einen anderen Clip auswählen. Das war der letzte im Menü. Gut, machen wir einen Cut. Lassen wir mal laufen, alle Mann. Ja, hier mal ein Beispiel für eine Szene aus dem Film Godzilla. Der eine oder andere wird den zu Hause sicherlich haben und er weiß, was das bei HDR bedeutet. Zum einen wollen wir eine ordentliche Helligkeit bei den Neonbeleuchtungen haben, bei der ganzen Werbebeleuchtung. Andererseits brauchen wir aber auch eine sehr gute Durchzeichnung, die wir jetzt hier sehen. Die hellen Elemente sind echt hell. Und nochmal, 4,90 Meter. Ja, also nix hier zweieinhalb Meter, drei Meter. Das ist 4,90 Meter. In dem Fall weit weg von lebensecht. Ich glaube, der Kollege ist noch ein bisschen größer. Absolut, aber wir kommen der Sache schon näher. Genau. Und wir wissen ja, dass da manch einer zu Hause gerne noch größere Leinwände einsetzen möchte, weil das Bildmaterial gibt es eben her. Und das ist mit so einem Kurzdistanzprojektor, also mit der Variante und dem Objektiv, was wir haben, ich schreibe mal den Namen rein, wie das Objektiv heißt, ist das natürlich irre. Ja, das sind auch Objektive, die wirklich bis in den Randbereich super scharf sind, die 4K-Auflösung haben. Bei dem weitwinkligeren, was wir haben, sagt man Pi mal Daumen, verlieren wir ungefähr 20 Prozent, was ein Mega-Wert ist für ein Objektiv dieser Kategorie. Es gibt da viele Anbieter, die haben dann 25, 30 Prozent. Da gehört Epson definitiv zur Spitzenklasse, was den Lichtverlust angeht hier. Also, wie wenig es eigentlich ist. Und ja, überzeugt euch selber. Wir haben schon überlegt, ob wir da oben ein Loch reinkriegen. Dann würden wir das Ding da oben installieren. Da müssen wir mal schauen. Ja, und es sieht ja auch optisch wirklich toll aus, wenn man nur noch diese kleine Hutze da sieht und sonst gar nichts. Heißt aber auch übersetzt, wenn wir das normale Objektiv nehmen, was ja auch mit einem, also normal im Sinne von Projektionsverhältnis, haben wir ja noch mehr Licht. Das ist eindeutig so. Das ist eben jetzt hier und das habe ich ja vorhin gezeigt, das sind die Objektive. Ich würde sagen, wir machen noch kurz einen Abschluss, indem wir mal zeigen, wie das Objektiv eingebaut wurde, beziehungsweise wie das Ganze nachher aussieht. Aber wir haben Objektive und wir haben eine ganze Bandbreite. Ich glaube, ich habe hier sogar, ich zeige das mal. Und wenn ich mich noch einschalten darf, das normale Objektiv ist sogar schon für ein normales Objektiv ziemlich weitwinklig, weil das nämlich schon ein Projektionsverhältnis von 1,3 hat, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, was eben auch schon sehr, sehr gute Bildgrößen bei akzeptablen Abständen realisieren lässt. Ja, also man sagt dazu, dass wir sagen, die Standardlinse, wenn man also das Gerät mit einer Standardlinse haben möchte, das ist also diese LM15, die wir hier haben können. Und mit der kommen wir schon in vielen Räumen wunderbar klar. Die gibt es dann da und dann liegen wir jetzt mal ganz vorsichtig ausgerückt. Ich weiß, ihr guckt jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz genau, wir sind hier im Juli. Aber voraussichtlich so um die 16.000, 17.000 Euro mit der Standardlinse, weil den Preis habe ich noch gar nicht genannt. Das heißt also, wir liegen tatsächlich jetzt mal in einem Bereich, wo bis dato ein Sony 7000 war, ein JVC-NZ800. Und jetzt wird es interessant, jetzt wird meiner Meinung nach mit diesem Projektor eine ganz neue Produktkategorie etabliert, nämlich ein extrem leiser, ich glaube, wir sind gleich bei 100, extrem leiser, extrem heller Projektor mit einer enormen Variabilität von Einsatzmöglichkeit. Ja, ich würde schon sagen, also wir sind ja im Bereich der nahezu Verdopplung der Lichtleistung. Ja. Und vielleicht, wenn überhaupt, einem Viertel der Lautstärke. Ja, und mit einem enorm guten Kontrastverhältnis für helle als auch für dunkle Räume. Komm, lass uns das andere Objektiv mal einbauen, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Schaffen wir. Ich würde auch sagen, ne? Und dann zeigen wir euch auch nochmal kurz, wie das Ganze aussieht mit dem entsprechenden anderen Objektiv. Ja, wir blenden euch mal ein paar Bilder ein, wie wir jetzt das Objektiv gewechselt haben. Der Knaller ist, man braucht überhaupt kein Werkzeug. Also es ist alles so super durchdacht. Man kann den Deckel entfernen, man macht vorne dieses riesen Objektiv erstmal weg. Dann wird dann das neue Objektiv genommen, das wird eingerastet. Es gibt eine kleine Sicherheitsschalter, Sperre, dass das auch nicht passieren kann, dass es sich von alleine mal lösen würde, wenn der über Kopf hängt oder wenn vielleicht Bewegungen dort sind, wo der fest installiert ist. Dann gibt es eben den anderen Deckel mit der Aussparung, die eben nicht, wie man jetzt hier sieht, hier ist, sondern das ist durchgängig hier. Den haben wir drauf gesetzt. Und ja, dann sind wir relativ schnell einsatzbereit. Das Objektiv ragt so gut wie gar nicht aus dem Gehäuse raus, was wir jetzt hier nehmen als Standardobjektiv. Wir haben jetzt hier die Schärfe eingestellt und erreichen bei einem Abstand von ungefähr drei Meter bereits eine Bildbreite, die gut zwei Meter sicherlich ist. Und wenn nicht, die noch ein bisschen größer. Ich kann die Maße mal einblenden, die wir dann zur Verfügung gestellt bekommen, sodass man schon mal kalkulieren kann. Was man aber jetzt schon sieht, wir haben immer noch die King Kong Szene drin. Wir haben eine wahnsinnige Helligkeit nochmal zusätzlich jetzt hier. Klar, bei der kleinen Fläche logisch. Aber, und wir sind jetzt hier, wenn ich mal Licht ausmache, machen wir es mal ganz kurz. Und dann werdet ihr auch sofort sehen, was da passiert. Ja, das ist enorm. Das ist wirklich enorm. Und wenn wir jetzt mal den Film laufen lassen, dann werdet ihr auch über die Kamera, glaube ich, ein sehr beeindruckendes Bild schon sehen. Ja, und auch wie kontrastreich das Ganze eben hier ist. Also ein wirklich sehr, sehr guter Schwarzfeld. Du wolltest mal was messen, ne? Du hattest jetzt dein Gerät hier so weiter hingestellt. Genau, genau. Das muss man berücksichtigen, damit das Ganze gemacht werden kann. Du könntest ja vielleicht einmal nach vorne gehen und einmal kurz ein Maßband holen. Dann können wir mal ganz kurz sagen, wie breit wir jetzt sind. Ja, genau. Du musst aber dann die ganze Zeit weiterquatschen. Ja, klar mache ich. Also, ich mache mir jetzt einmal kurz hier ein Testbild auf. Wobei die Häuser-Szenen seien jetzt auch gut aus. Aber ich brauche natürlich mal eben kurz ein Weißbild. Und dann spiele ich mir das mal eben kurz zu. Ich habe gerade zum Glück meinen Testbild-Generator hier dran. So, dann machen wir das Ganze mal eben. Also, was haben wir für eine Breite? Ich halte mal eben an. Ja, 1,93 Meter. Also knapp 92 Zoll, so in die Richtung. Ja, ja. Okay. So, dann gehe ich mal eben kurz hier wieder aufs Testbild rüber. Holla! So, da haben wir unser Weißbild. Die Schweizer Brille habe ich zu Hause gelassen. Ja, mach mal. Ich bin mal eben so frei. Okay, das ist ja das Schöne an dem Gerät hier. Ich kann auch einfach mal eben so messen. So, da hinten sieht man den Punkt. Ich ziele, ich messe. So, da haben wir 826 Nits. Genau. Das ist das passende Wort dazu. Hey! Das heißt, wenn wir den 10.000-Lumen-Projektor jetzt hier einsetzen würden, mit der Kombination, dann werden wir die Vierstelligkeit wahrscheinlich erreichen. Also, wenn es komplett lineal läuft, lass mich doch mal eben schauen. 826 geteilt durch 6.000 gleich mal 10.000. Wenn ich jetzt nicht in meinem Preissatz vollkommen falsch liege, reden wir von 1.376. Okay. Nochmal, Lichtleistung ist nicht alles. Was uns überzeugt hat, war das Gesamtpaket. Genau. Die Lichtleistung, die Farbwiedergaben. Übrigens. Nein, ich sage jetzt nicht, dass er leise ist. Und hält. Das Design. Also, wir haben ja gleich nochmal Aufnahmen. Du bist ein Riesenfan vom Design. Ich bin ein Riesenfan von dem Design, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, es ist, der verschwindet irgendwann, wenn der oben an der Decke hängt. Man guckt nicht andauernd immer hoch. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn ein Gerät auch einfach mal gut aussieht. Ich finde dieses ganze Design mit den Dreiecken, mit den Lüftungsschlitzen, wie das eben alles so untergebracht wurde, dann mit der Lichtleistung, dann mit der Lautstärke eben, mit dem Tonmapping, was wir jetzt haben, den Wechselobjektiven, damit ich eben für meine passende Situation das Richtige eben darstellen kann. Ja, passt. Sollen wir noch auf das andere Objektiv einbauen? Komm, ich will mal wissen, wir haben mit zwei Metern Abstand. Oh, naja, warte mal. Wir haben noch nicht gemacht, welchen Abstand wir haben. Lass mal gucken, bitte. So, das ist es. Kommen wir dran. Also, Vorderkante haben wir jetzt 2,90 Meter. Der Projektor selber hat eine Tiefe von, was haben wir denn hier, 2,90 Meter zu, ja, knapp 3,50 Meter. Das heißt, 60 Zentimeter ist der. So, du hast gerade 2,90 Meter, ne? 2,90 geteilt durch 1,93, 1,5. Ja, deshalb heißt der auch wahrscheinlich hier linksbums 15. Okay, dann hatte ich mit den 1,3, die ich gerade gesagt habe, vielleicht was falsch im Kopf, ne? War ein bisschen daneben, aber 1,5. Ich meine, generell sagen wir ja immer, wenn man jeden Hersteller aufstellen möchte, sollte man seine Projektoren eigentlich immer auch mit einem Verhältnis von 1,5 planen. Weil da kann ich nur mal jeden Hersteller hinstellen. Ja, jetzt machen wir mal folgendes. Mach den mal aus. Ja, übrigens, dann sehen wir auch mal, wie schnell das geht. Du kannst ja vielleicht einmal hier rüberkommen auf die kleinen Lampen leuchten. Die hier? Genau. Auch wie schnell der runterfährt. Also, ich drücke jetzt Stand-by, haben wir einen Knopf, bestätige jetzt. Er blinkt einmal, zweimal, dreimal, viermal und das war's aus. Okay, lass das mal laufen. Komm, wir machen das jetzt mal eben live von der Farbe. Also, wir haben hinten den Deckel zu entfernen, den nehmen wir einfach raus. Haben wir gemacht. Wir haben den Deckel zu entfernen. Der muss jetzt in die Richtung geschoben werden, haben wir auch herausgefunden. Wir haben noch nicht mal das Handbuch gelesen, weil ich glaube, es gibt noch nicht mal eins. So, jetzt sind wir also soweit. Dann haben wir hier vorne die Blende. Genau. Die machen wir jetzt mal raus. Was ist eine Universalblende für, denke ich mal, alle Front, also normalen Objektive? Diese Art Daumenschrauben eben, die hier geriffelt sind. Hier ist so eine Sicherheitsklammer. Die steckt man rein, damit der Hebel nicht sich bewegt. Jetzt habe ich die rausgenommen. Jetzt kann ich diesen Hebel bewegen. Jetzt ziehe ich wirklich das Objektiv raus. Das Objektiv hat hier einen echten Kontakt. Da wird darüber der Zoom und das Fokus, ob alles dann entsprechend verwendet. So, hier habe ich ja die Schutzklappen. Und jetzt nehmen wir mal den Oschi hier mit dem fast Fischaugenobjektiv. Da bin ich mal gespannt, was mir jetzt hier gleich passiert. So, das ist er hier. Jetzt achten wir wieder drauf, wo die Kontakte sind. Die Kontakte sind hier. Ich würde sagen, ich muss noch ein bisschen drücken. Nach ganz fest kommt der ganz lose. Hört mal eben. Wir haben das ja noch nicht gemacht. Da hat es sich besser angehört. Okay, warte mal. Ich mache mal eben folgendes. Halt mal eben fest. Mir ist es lieber den Deckel da drauf. Genau, den Deckel würde ich lieber drauf machen. So, muss ja nicht alle meine Fingerabdrücke da drauf haben. Aber nichtsdestotrotz, der muss noch mal raus. So wenig Licht hier, siehst du alles? Oh ja, eigentlich schon, ist alles gut. Ich würde behaupten, der muss noch ein bisschen rasten, oder? Warte mal, vielleicht bin ich aber auch wieder ein paar Schuhe. Vielleicht allekte er sie ja dadurch. War es einfach... Es kann so leicht sein. Also nochmal, das ist ja live, in Farbe. Wir haben reingesteckt und dachten, es würde vielleicht ein bisschen rasten, aber nein, er rastet tatsächlich. Oder er wird erst richtig fixiert, wenn ich diese Klammer nach rechts rüber, dann ist er richtig fixiert. Guck mal, haben wir schon wieder ein Video für unser Premium-Support-Portal. Das vielleicht ohne Kappe? Das könnte sein. Oder? Oder gibt es noch eine dritte Blende, die wir noch nicht haben? Nee. Verpasst. Haarscharf. Als hätte das einer designt. Aber haarscharf. Dann musst du wirklich abmachen. Die Sicherung muss noch rein. Ja, und wir müssen hier gucken, dass es bündig ist. Das ist es. Dann machen wir den mal mit der Daubenschraube fest. Die Sicherung liegt ja hier oben noch drauf. Genau. So, das stecken wir jetzt mal da rein. Wunderbar. Somit kann man das nämlich nicht zusammendrücken und dann rüberschieben. Ich weiß mal nicht, wie das von alleine überhaupt gehen soll. Aber komm, da gibt es anscheinend irgendeine Vorgabe, dass man die Sicherheit machen muss. Dann haben wir jetzt hier den Deckel. Wir haben den Deckel jetzt von vorne nach hinten müssen wir den schieben. Und zwar so, dass der jetzt eigentlich ganz gut einrastet. So, das hat er auch. Jetzt schieben wir den. Dann ist das bündig. Ja, bei dir, bei mir sauber bündig. Sieht gut aus. Und noch kommt hinten der Deckel drauf. Wir haben auch nochmal hier Schrauben. Hier nach unten gehen die Kabel weg. Wird hier unten drunter geschoben. Das heißt also auch wirklich, die Projektoren tiefe ist ja auch wirklich die absolute fertige Tiefe, die wir benötigen. Wir brauchen keinen Biegeradius mehr für Kabel oder sonstige Sachen eben. Wir hatten jetzt gerade eine Unterbrechung in der Aufnahme. Du hast gerade nochmal darauf hingewiesen, dass es wirklich hier sonst keine versteckten Pfeilen gibt, was Abstand angeht und Breite angeht und Tiefe angeht. Also nicht die Biegeradius von irgendwelchen Kabeln hinten noch oder so, die rauskommen. Das ist ja alles berücksichtigt. Das heißt, die Klappe hinten drauf und das ist der Abschluss vom Projektor fertig. Okay. So, Gerät eingeschaltet. Muss er auch wieder einmal das Objektiv kalibrieren. Hat er die Kalibrierung wieder gemacht. Hat er gemacht. Wunderbar. Ist eine einmalige Geschichte, die man machen muss. Und was wir sehen, ist jetzt hier bei gleichem Abstand. Wir hatten vorhin die 2,90 Meter Vorderkante, 60 Meter Meter in der Tiefe. Haben wir bereits ein Bild und das ist das kleinste Bild bei dem Abstand. Ah, jetzt willst du es messen? Ja, klar. Komm her. Also, das ist das kleinste Bild mit diesem entsprechenden Weitwinkelobjektiv. Ich trage mal den Namen ein, welches wir da haben. Und da haben wir schon bereits 3,78 Meter bei 2,90 Meter Abstand. Und jetzt kannst du es noch ein bisschen aufzoomen. Ist jetzt nicht riesig der Zoombereich, aber es ist schon ordentlich. Hast du bis zur Seite hier? Ne, fast. Was haben wir? Ja, warte, ich muss erst mal selber aus dem Bild gehen. Jetzt. Verdammte Hacke, ey. 4,54 Meter. Bei 2,90 Meter Vorderkante Linse. Jetzt komme ich wieder mit meinem kleinen Sensor und sage mal, wie hell das dabei ist. Was ist denn das? Dann sag mal an. Machen wir mal eben. Alles live, haben wir alles nicht vorher begrüßt und getestet. Wir gehen nur davon aus, dass die Zahl beeindruckend sein wird. Dann schau mal den Kollegen aus. So, was sagt er? Warte mal. Jo. So, Dennis ist jetzt am Messen bei der Bildbreite von 4 Meter und was hat man gesagt? 50 ungefähr. Genau, haben wir jetzt noch, der Weißpunkt passt immer noch, wunderbar, 133 Nitz. 133 Nitz mit dieser Optik bei über 4 Meter Bildbreite. Ja. Ja, ich werde das Wort nicht nutzen, was wir jetzt schon 100 Mal gesagt haben. Doch, der ist immer noch leise. Ich lache mich schlapp, du. Jedes Mal, wenn wir das Wort erwähnen. Können wir ein Trinkspiel draus machen. Wir machen mal ein Trinkspiel draus. Es bleibt dabei. Wahnsinnig beeindruckend. Jetzt kommt ja noch der Bereich des Lenshifts und so weiter. Komm, das zeigen wir auch noch mal kurz. Guckt euch das mal an hier, was wir jetzt hier noch alles am Bewegen sind. Weil jetzt, Zoom haben wir ja gesagt, haben wir ja, du hast die Fernbedienung. Genau. Dann bewegt ihr noch mal nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Genau. Der gute Julian versucht mit der Kamera das mal alles aufzunehmen. Was ja absolut bei solchen Weitwinkelobjektiven keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir überhaupt einen Shift haben. Und jetzt reden wir davon. Okay. Was machen wir noch mal ein bisschen, es ist ein kreisförmiger. Das heißt, wenn du jetzt Mitte Mitte bist, kannst du noch relativ weit nach rechts und nach links gehen, denke ich mal. Wobei, das hatte ich glaube ich letztes Mal schon getestet. Er hat Lensmemory, hat er auch, ne? Ja. Hat er? Aber was er nicht hat, ist... Er hat es nicht. Er hat es nicht, ist ja richtig. Ja, sollen wir es sagen? Sparen wir uns noch auf, damit die Leute dranbleiben. Also Turbine bringt jetzt hervorragende neue 3D-Filge. Das war die Überleitung. Und das hat er nicht, er kann keine 3D-Filge. Wir müssen sagen, im horizontalen Lensschift merken wir jetzt, das ist nicht so viel, wie man es sonst vielleicht gewohnt ist. Also das ist etwas weniger. Weißt du, was ich geil finde? Wenn der Motor des Lensschifts lauter ist wie die Lüftung. Ich habe schon gesagt, das klingt wie eine Straßenbahn, die anfährt. So kannte ich das noch. Die U79, wenn die losfährt. Nein, also... Du hast es aber gerade schon gesagt, wenn es untergegangen ist, wir haben kein 3D. Wäre schön gewesen bei der Helligkeit. Doch, wir haben eins, wenn du zwei von den Dingern nimmst. Ja gut, dann machen wir noch das Infitech-System dazu. Ja, dann geht das. Okay, dann Stacking. Geht auch. Nein, aber kein 3D-Unwort. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Es gibt eine Menge Garantie. Wahrscheinlich wieder fünf Jahre, wenn ich mich recht erinnere. 12.000 Stunden. Ich gucke mal, was ich da rausfinde. Das werde ich euch alles noch eintragen. Wir haben ja noch ein paar Wochen, bis wir darüber sprechen dürfen. Wir bitten um Verständnis, wenn wir da wirklich die Klappe halten. Weil sonst haben wir gar nicht die Chance, solche Geräte mal vorab mal zu sehen, zu bekommen und euch das Ganze mal vorzubereiten hier. Und auch schon mal die ersten, wie heißt es so schön, Hard Facts zu nennen und zu zeigen. Also die Begeisterung ist es selten in meinem Job in den letzten 25 Jahren gewesen, dass ich wirklich mal gesagt habe, helpt sich ein Glückwunsch. Ihr habt wirklich mal eine neue Kategorie geschaffen von Produkt, wie ich finde. Und wir haben auch wirklich mit den Verantwortlichen in England schon mal einen Zoom-Call gemacht, um denen das auch nochmal klar zu machen. Weil manchmal weiß der Hersteller selber gar nicht, was er da vielleicht für ein geiles Gerät hat, weil er nicht so den Wettbewerb im Detail, wie wir jeden Tag hier kennen. Und wir haben schon eine Menge Ideen, was man mit so einem Gerät alles machen kann. Ich kenne auch schon ein paar Kunden, die, glaube ich, sehr nervös jetzt werden, wenn sie das alles jetzt hier gesehen haben. Nicht wahr? Und dann diese Bildgröße und das alles. Also ich freue mich wirklich darauf, dass wir voraussichtlich ab Oktober euch dann dieses Gerät hier zeigen können, auch mit den verschiedenen Ausführungen, die wir jetzt hier schon präsentiert haben. Und wir müssen mal gucken, ob wir den großen Oschi vielleicht direkt nehmen, weil der kann natürlich den kleinen Oschi simulieren, was die Helligkeit angeht. Das ist ja gar kein Problem. Große Oschi heißt für mich das 10.000-Luben-Gerät, weil wir können wahrscheinlich über den Dimmer das dann einstellen, dass er die 6.000 auch macht. Wir müssten sie eben mal nebeneinander stellen, ob das mit der Lautstärke wirklich identisch abbildbar ist, weil das ist weiterhin ein wichtiger Punkt, glaube ich, für viele, viele Leute. Aber auch da wiederhole ich mich nicht. Jeder guckt ja unsere Videos von Anfang bis zum Ende. Ich lege manchmal Fragen, wo ich denke, hat er überhaupt das Video gesehen? Aber nichtsdestotrotz, es heißt eben, dass dieser hier mit den 6.000 Numen jetzt das Geräusch macht, das Großen, wenn der im Eco-Modus läuft. Und da gucken wir mal, wie das dann aussieht, auch von der Helligkeit. Und dann haben wir die Chance, vielleicht mit einem Gerät euch zwei Modelle direkt zu präsentieren. Nicht wahr. Okay, so, das sollte es zu diesem Gerät sein. Fällt dir sonst noch was ein? Außer, dass du wahrscheinlich die halbe Nacht jetzt hier mal irgendwelche Spiele drauf gucken willst. Die hast du in der Art auch noch nie gesehen. Okay, anderes Thema. Der Kollege wird sich wundern, warum der morgen irgendwie eine dreistellige Laufzeit hat. Das geht nicht dreistellig. Nein, das war ich nicht. Auf jeden Fall ein deutlicher Sprung. Da warte ich, bis wir unseren haben. Genau, so ist das. So, dann würde ich sagen, da hinten steht ja die ganze Zeit. Im ersten Moment sieht er aus wie ein LS11.000. Ich komme morgen auf den 10.000. Da siehst du mal so hängig. Und jetzt sag noch 12.000. So hänge ich hinter dem her, weißt du? Also der 11er und der 12er und das ist jetzt der große, neue, lichtstarke, große Bruder, der 3.000, wenn ich mich recht erinnere, 3.300 Ansilum haben soll im Vergleich zum Vorgängermodell. Auch da muss ich nochmal in meine Unterlagen schauen, die wir hier schon mal vorab bekommen haben. Da gab es so einen kleinen, netten Vergleich. Wobei ich jetzt... Genau, 3.3 zu 2.7. Ja, aber Vorgänger oder kleinere Modelle? Die anderen bleiben doch, oder? Ja, die bleiben. Habe ich Vorgänger gesagt. Du hast Vorgänger gesagt. Okay, nein, um Gottes Willen. Der ergänzt die Produkte. Ja, ja, der ergänzt die Produkte. Also der 12.000er soll wohl etwas günstiger werden. Es wird ja... Das heißt, der Gerät hat über... Der große hat einen dynamischen Kontrast von 5 Millionen, der 12.000er von 2,5 Millionen und der native Kontrast bei beiden gleich 5.000 zu 1. Jo, und das heißt schon was. Wenn dann ein nativer Kontrast gleich ist und dann mit der Helligkeit, viel Spaß, Marie. Das ist natürlich auch sehr cool. Die machen im Übrigen noch HDR10+, braucht zwar kaum ein Mensch, aber er kann es noch. Der große, den wir gerade gesehen haben, kann es nicht. Und natürlich haben wir auch hier die HDMI 2.1-Schnittstelle. Das habe ich eigentlich schon so viel verraten, warum wir kein Video machen. Nein, wir machen noch ein Video. Weil wir wollen uns den mal eben anschauen beim Durchmessen und noch zeigen, was da im Menü sich vielleicht geändert hat. Denn er hat auch ein Tonmapping. Bin gespannt. Alles klar. Ja, so, wenn euch das gefallen hat, bitte den Kanal abonnieren, wäre super. Wir wollen ja irgendwann nochmal die 80.000. Die 80.000 haben wir sogar geschafft, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Wir haben sogar über 80.000 Abonnenten. Wir wollen natürlich die 100.000, weil ich will auch mal so ein Schild da haben. Kriegen wir so ein Schild, ne? Wobei ich glaube, mittlerweile ist es so, ab 100.000 darfst du dir das Schild bestellen. Ah, okay. Früher hast du das mal bekommen, mittlerweile darfst du es dir dann kaufen. Ja, bei Google habe ich ja Socken geschickt bekommen. Das fand ich ja super, weil bei Google, ich habe irgendwie 35 Millionen Bildabrufe auf meinem Konto, wenn es um Fotos geht. Aber da hast du dann ein paar Socken auswählen können, die ich heute allerdings nicht anhabe. Gut, okay. Also, das soll es gewesen sein. Würde mich freuen. Und vielleicht sehen wir uns ja noch in diesem Herbst bei uns im Laden bei Grobi in Cast. Bis dann. Ciao. Besten Dank. Ciao. Ciao. Ciao.